so im letzten video habe ich ja gesagt ich werde noch ein weiteres alleine aufnehmen damit ich ja hier ein bisschen vorankommen wir haben unten jetzt im keller unsere villager der eine klein der andere groß und ich dachte ich höre ein creeper wie sieht es denn hier aus gut werden erstmal hier alles aber im wasser ist nix gelandet auch wenn es so angehört hat doch da so dann hier einmal ich brauche nur ein bisschen brot mal gucken ob das mit dem brot immer noch so klappt wie früher ob die sich da vermehren oder ob die da irgendwas anderes brauchen da muss ich jetzt erst einmal dahinter kommen das kann rein dann nehmen uns das hier raus so 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 den rest machen wir hier rein ich weiß nur dass die betten brauchen und ich glaube das war sogar schon wolle 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 hier holz haben wir hier drüben mehr als genug so eine glocke stelle ich den unten erst einmal mit rein aber auch noch da hatte ich sogar noch ein bett 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 glocke 1 2 3 4 1 2 3 4 geht das noch so er muss erst erwachsen sein ich glaube anders geht das sonst nicht dann kann ich ja hier unten im keller noch ein bisschen weiter machen da brauche ich noch ein bisschen was meter zeug dass da brauche ich und irgendwas schönes schön stein oder holz ja komm die kann man verwenden und crafting eine werkbank wäre von vorteil einfachen so denn ich brauche hier dass da da und da da und da 1 2 3 4 5 6 1 scheiße 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 dann wäre hier die mitte dann machen wir das so sehr schön aber hier natürlich auch blöcke gesetzt so ein held dann hier und da wie viel haben wir jetzt hier drin 1 2 3 wenn ich drei mal ist dann hier in der fackel die stair frei stair und das hier ist der frei ist der blog der frei ist der genau also so und so so und so hier einmal hin und da einmal hin das gleiche müsste jetzt hier drüben auch gehen hoffe ich zumindest so so ja geht aber das hier drüben gefällt mir nicht wenn ich das so lasse der frei ist der blog ist der frei ne da muss ich das wirklich so lassen vier stück reichen aus für hier so dann muss ich da hinten erstmal noch schnell füllmaterial holen das können wir ja nicht so offen lassen hier auch dicht machen hier hinten kommt nix hin hier und hier kommt das hin und hier das ach die schlafen ich wollte schon sagen wo haben die sich denn hin verpieselt so und ich bin jetzt am überlegen ob ich hier hinten nicht im selatern rein baue das sieht dann bestimmt besser aus als glowstone wenn wir dann gleich mal gucken ob ich so viele habe ganz kurz wieder fackeln hier setzen dass nix spawnt so das hier kommt weg nein das nicht hier und da hier haben wir es natürlich richtig praktisch da brauche ich bloß die paar blöcke wegbauen und hier das gleiche spiel und hier das gleiche spiel na die reichen genau aus so dann gucken wir mal oben ob wir selatern haben 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 wir natürlich nicht wie baut man die da prismarinen schatz wo kriege ich die denn her bitteschön ach du heimatland kriegst du aus den dingern nee dann müssen wir wohl oder über glowstone setzen denn so eine pilz dinge habe ich nicht aber ist ja nicht so schlimm so dann lassen wir hier unten erstmal noch die fackeln 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 da setzen wir hier in die ecke erstmal noch eins dann denn ich will ja nicht dass hier unten was bohren hier kommen dann oben noch so eine laterne ran also oder hier dazwischen mal gucken irgendwas lass ich mir einfallen äh das kann erstmal alles hier rein das nicht ja was machen wir jetzt noch in der folge ich würde sagen wir tun auf jeden fall noch im keller weitermachen ist das ja ich will da unten weitermachen ähm ich habe hier noch neun stück plus ketten ich habe noch ein weiteres bett das kriegen sie unten rein und ich brauche unbedingt wieder eisen ich muss unbedingt oh ne öhm wie ging diese kette ca Val es ist echt ganz schön teuer muss ich sagen ähm fackeln 15 machen wir genau 20 lampen So, da haben wir 20 Lampen, das nehme ich nochmal mit, hier habe ich noch 6 Blöcke, ich brauche Sticks, man vergisst immer das, was am wichtigsten ist, das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 davon, den da noch, dann sind erstmal die Blöcke jetzt so verschwunden, hier, dann, so und so, nein, okay, auch nicht, hä, jetzt bin ich gerade überfragt, wie macht man die Zäune aus den Netabricks, wird mir hier auch irgendwie nicht angezeigt, sehr interessant, hier, wechsel dich, nee, da Sachen hätte ich gerne, gibt es nicht, ah, hier, wow, das Rezept haben sie auch geändert, schön, ähm, palim, palim, so, so und so, ähm, dann müsste eigentlich, dort noch was hinkommen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das wäre genau hier jetzt, und das wäre hier, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, geht nicht, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, keine Sorge, da kommen dann die Ketten ran, ich muss mir das jetzt hier erstmal ganz kurz machen, 1, 2, 3, das dann 1, 2, 3, 4 immer dazwischen, ähm, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, jetzt die Frage, ist das denn dann auch hell genug, äh, so, 1, 2, 3, da bleiben die Dinger, so, wenn wir mal gucken, ob das jetzt gleich hell genug ist oder nicht, oh, ja, sie machen Liebe, so, wenn ich die Dinger jetzt hier weg mache, es müsste eigentlich hell genug sein hier drin, ansonsten, ich habe noch 6 Lampen, da kann ich mir noch was einfallen lassen, ähm, ja, das machen wir auch, und zwar, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt, äh, darunter sowas baue, und so, ja, das sieht auch nicht schlecht aus, 1, 2, 3, hier kommt keins hin, äh, da kommt wieder das hin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, dann kommt hier wieder sowas hin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das ist jetzt nur übergangsweise, ich werde die Villager nicht hier drinnen lassen, die kriegen ihren eigenen Raum von mir, und, ja, nur, im Räumchen können sie dann Bumsi Bumsi machen, äh, jetzt habe ich vergessen, wie viele Lampen ich noch brauche, ich mache einfach mehr als genug, 12 Stück, denn die Lampen werden dann später in das kleine Räumchen der Villager reingesetzt, das ist jetzt nur, damit die hier unten, äh, mir nicht von irgendwelchen Mobs gekillt werden, ne, ja, so, ähm, hier einmal alles raus, also mitnehmen, mitnehmen, ihr macht Bumsi Bumsi, sehr schön, äh, Netaholz kommt hier rein, äh, Netaholz kommt hier rein, und Cobblestone war hier, Holzbretter waren hier, das kommt da rein, äh, das da hin, das habe ich noch zwei Stück, okay, so, äh, achso, ich musste immer noch ein Bettchen setzen, Kiste und Werkbank kann erstmal hier rein, Glowstone kommt da rein, die Fackeln bleiben im Inventar, wenn ich noch mal farmen gehe, ja, dann wäre der Keller hiermit auch weitestgehend fertig, so, und dann war es das auch mit der Folge für heute, und wir sehen uns dann zur nächsten Folge mit den ganzen anderen Chaoten wieder.